Hast du ein Thema? Nee. Nix? Okay. Woher soll ich ein Thema haben? Könnte ja sein, dass dich mal irgendwas interessiert in der Welt. Lass mal überlegen. Ich habe mir gerade eine Doku über Trotzki angehört. Oder ich bin gerade dabei. Die hatte meine volle Aufmerksamkeit. Trotzki ist out, oder? Ja, da ist er tot. Nein, noch dazu. Ist er out? Ja. Trotzki? Also kein vernünftiger Mensch ist Trotzkist? Ja, ich meine, wer ist schon ein vernünftiger Mensch? Ich meine... Also es ist schon... Du meinst, ein vernünftiger Mensch ist Stalinist, oder wie? Nee, auch nicht. Ein vernünftiger Mensch ist auch kein Sozialist. Ja, aber wenn ich jetzt vom Trotzkisten spreche, dann doch meistens in Abhebung vom Stalinisten. Du vielleicht, ich nicht. Okay. Kannst du gerne machen. Ich tue das nicht. Und ich habe auch diese... Was sagst du zu der These, dass es zwei wirklich große Russen gegeben habe? Lenin und Dostoyevsky. Ja, bitte, wenn manche Menschen meinen, das so zu empfinden, dann sollen sie da... Also wer bin ich, ja? Ja, nein, ich frage einfach mal jemanden von Welt, weil das wurde in der Doku so behauptet. Woher hast du diese These? Wer hat das... Wer hat sowas... Das ist aus einer Arte-Doku. Aus einer Arte-Doku? Ja. Wer war da federführend in der Redaktion? Die Franzosen? Die Franzosen oder die Deutschen? Muss ich nachgucken. Hat mich nicht so weit interessiert. Ja, aber das wäre... Also ich glaube, das würde uns schon ein paar Hinweise geben. Ja. Das ist eine Doku aus den 90er Jahren. Ja, okay. Da gab es noch ein paar so Typen, die noch so drauf waren. Aber welcher vernunftbegabte Mensch ist heutzutage noch irgendwo... Naja, gut. Okay. Ja, zum Beispiel Wolfgang M. Schmidt. Der ist, ich weiß es nicht, zumindest ein Marxist. Aha. Und der macht sehr schlechte Filmkritiken, über die sich Gunnar Kaiser seinerzeit lächerlich gemacht hat. Der hält sich für sehr intelligent und wird auch für sehr intellektuell gehalten und sitzt in meinem Anzug vor einem Bücherregal mit einer Reihe Marx und einem angeblichen oder einem optischen Whiskyglas, das angeblich mit Cola Light gefüllt ist. Und hat dann zu seinen schillernden Anzügen, die ihm mehr schlecht als recht stehen, oft so Baseballcaps auf und so und ist super. Der zitiert dann auch mal Ratzinger oder sowas, wenn es ihm in den Kram passt. Hauptsache es klingt intellektuell, was er von sich gibt. Das ist jetzt zum Beispiel jemand, der würde ich sagen, ich weiß nicht, ob der jetzt tatsächlich Leninist oder gar irgendwas in dieser Richtung wäre. Das weiß ich nicht, aber Marxist ist er schon. Und er ist, ja, wie soll man sagen, in der heutigen Zeit irgendwie angekommen, weiß ich nicht so recht. Ja, da siehst du jetzt, womit ich mich so nebenher beschäftigt habe im Augenblick. Ja, mit Kurzweil. Ja, ich glaube aber, das sind eher so Dinge, die kann ich wenig fürs aktuelle Tagesgeschehen verwurschteln. Ja, du suchst das Vergnügen, ich sehe das schon. Du willst die ganze Zeit beim Gucken, willst du kichern. Nee, ich finde es interessant. Also ganz ehrlich, weil ich interessiere mich schon für die verschiedenen Denkrichtungen und so. Und ich interessiere mich schon auch in der Tat dafür, wie man heute noch diesen Theorien anhängen kann. Und es sind ja nicht wenige, die das tun. Ich meine, Habeck hat ein Vorwort für ein Buch geschrieben, das sich an das Kommunistische Manifest anlehnt und das in die heutige Zeit transferieren will. Ja. Ja. Da brauchen wir einfach gar nicht... Ist da. Wir müssen einfach drüber nachdenken, dass ein Herr Trittin, der bei den Kommunisten mitmarschiert ist, dass der es geschafft hat, grüner Minister zu werden, uns die Energiewende aufs Auge zu drücken für den Preis einer Eiskugel. Ja, wir hatten eine kommunistische Bundeskanzlerin. Ich war noch nicht fertig, du hast aber recht. Da wollte ich hin. Ja. So in etwa... Interessant ist ja, wie sich das halten kann. Ich hätte das so nicht gesagt, dass sie Kommunistin ist, aber sie kam halt aus dem Haus des Roten Kasner. Ja, sie hat sich nie davon distanziert. Und aus dieser Wolle kam sie nicht mehr raus, ja. Ja, sie hat sich da nie... Sie ist so geprägt, sie hat sich nie davon distanziert und ihre Politik spricht eine eindeutige Sprache. Ja, und ihr gesamtes politisches Verhalten war reiner Machtopportunismus und hat mit Werteorientierung oder sonst irgendetwas... Naja, also das war schon der sozialistische Gedanke, dahinter ist erkennbar. Ja, das hat sie gar nicht erkannt. Das weiß ich nicht. Dass sie sozialistisch agiert. Kann sein, weiß ich nicht. Das ist bei der... Wie weit sie da selbst reflektiert ist, habe ich nicht untersucht und das kann... Ich kenne sie ja nicht. Ich sage es immer wieder, ich sage es immer wieder. Ich habe, als ich nach Berlin kam, bei einer Familie gelebt, der Mann, Russe aus Moskau, nee, Quatsch, sie, Russin aus Moskau und er war deutscher Physiker, Ingenieur. Und sie war auch Physikerin. Und die haben an dem Institut gearbeitet, Tür an Tür mit Angela Merkel. Und ich bin jeden Tag da, brav und tapfer, aus dieser Siedlung, die komplett mit Stasi-Leuten durchseucht war, bin ich da in die Innenstadt gefahren und habe meinen Platz als Pressereferent der CDU-Fraktion im Abgeordnetenhaus eingenommen. Und immer, wenn ich da, wenn ich zurückkam und wenn sie mich dann wieder mal aufgelauert hat, dann hat sie mich in Gespräche verwickelt über Politik. Und dann kam immer die Frage, Herr Wind, Herr Wind, was wollen Sie mit dieser Angela Merkel? Wir haben mit ihr... Wir waren zusammen... Die hat nix, nix hat die. Und ich habe immer gesagt, ich bin nur im Abgeordnetenhaus, nicht im Bundestag, ich habe mit ihr nichts zu tun. Ja, aber die Frau, was wollen Sie mit? Nix! Ja, und das war für mich schon so das erste Alarmklingeln, was ich so mitbekommen habe, als ich in die Nähe dieser Frau kam. Ja, wie auch immer, ich finde es schon interessant, dass diese Gedanken alle nicht tot zu kriegen sind, noch dazu bei dieser blutigen Historie und bei der lückenlosen Demaskierung der Protagonisten. Aber irgendwas fasziniert die Leute noch dran, ne? Also was ich ganz erschreckend fand, war, das Umfeld von Merkel, wie schnell die Option schwarz-grüne Koalition gezogen haben. Und das sind nicht die Dummsten dabei gewesen, sondern das waren durchaus kluge Menschen. Ja, weil das taktisch doch sinnvoll ist. Ja, ich habe mich, aber das waren gar keine, das waren gar keine Grünen. Das war, ich sage mal so, das war Katholikentagsgrün. Aber das ist doch eine taktische Option. Und die denken auch nur taktisch. Nee, 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 das war eine echte Überzeugungsoption, nämlich so dieser Gedanke, der eigentlich auch bei den konservativen Grünen im Südwesten Deutschlands da war. Dass man also die Schöpfung bewahren will und so. Die waren wirklich, das waren Leute, die waren nämlich ab, dass da ein gewisser Ethos dahinter stand. Ja, dann haben sie das Christentum halt nicht verstanden. Das ist das, wenn man so nur Kulturchrist ist, wenn man nicht versteht, wenn man einfach nur so sonntags in die Gottesdienste geht, wenn man einen festen Teil hat und sagt, ja, ich bin Christ, weil das ja was Sinnvolles ist, dass man die zehn Gebote hält und dass man gut und nett zueinander ist. Und da hat man dann noch fünf Begriffe irgendwie aus der Bergpredigt und sagt, das ist ja alles toll und mehr ist da nicht dahinter. Und dann versteht man auch die verschiedenen Weltanschauungen nicht und wie diese Sachen zusammenhängen. Und dann öffnet man eben seinem Todfeind die Tür. Also was für mich immer wieder faszinierend ist, wie sehr Grüne ausblenden, dass ihre gesamte Ideologie, ihre Vorstellung von Natur und so weiter, was für tiefe Wurzeln das im Nationalsozialismus hat. Und dass die Gründungsväter der Grünen sowas von nationalsozialistisch verseucht waren, dass es fast schon peinlich ist, wenn man die einzelnen Namen durchgeht, diese alten Männer, die da irgendwelche Parteifunktionen hatten. Ich meine, du kommst da auch schwer raus, weil du hast halt im 19. Jahrhundert schon eine sehr starke Romantik gehabt. Und aus dieser Romantik hast du eine Heimatliebe. Und da hast du natürlich auch so unverdächtige Leute wie Kaspar David Friedrich, die sehr ansprechende Bilder gemalt haben. Auf der anderen Seite hast du dann auch wieder so etwas zwielichtigere Gestalten wie den Turnvater Jan mit seinen Ertüchtigungsübungen. Und aus diesem Ganzen heraus, aus diesem Heimatgefühl, haben sich die Nationalsozialisten ja bedient. Also Sozialisten, die sich von den Kommunisten dadurch abgrenzen wollten, dass sie genau in dieser Art von Romantik und in nordischer Mythologie und so geangelt haben mit irgendwelchen Bildern. Ja, der Wolf, der Wolf als Totem. Ja, also man nimmt sich aus diesen mythischen Bildern irgendetwas dazu und sagt so, und deswegen sind wir keine Kommunisten. Wir sind zwar Kommunisten vor all dem, was wir wollen und was wir darstellen. Und wir machen auch einen Pakt mit Stalin und was weiß ich was. Aber wir geben uns andere Bilder. Wir sind nicht rot, wir sind braun. Und aus dieser Sicht heraus kommst du in einer Bewegung, die dann später auch wieder in irgendeiner Weise auf den Heimatgedanken und auf Heimatpflege und auf Umwelt und so weiter referiert, nicht mehr richtig raus. Und dann kommt der große Kick, dass in Westdeutschland und auch in Berlin zum Beispiel die Künast oder so, dass diese Kommunisten, dass Kommunisten die Grünen gekapert haben. Die grüne Fassade haben sie draußen gelassen, der rote, der Melonenpartei. Ja, mit dem Mündnis 90 dann auch, die ganzen Friedensbewegungen und so weiter. Also das ist wirklich, dieses Bild von der Melonenpartei ist so wunderbar betreffend. Grüne Schale, rotes Fleisch, brauner Kern, braune Kerne. Das ist so passend für die Grünen, das ist unfassbar. Das ist jetzt alles für den Vorspann zwar ein bisschen lang, aber ich werde es so reinschneiden. Okay. Grüß Gott und herzlich willkommen bei Medias in Rees zum Wochenrückblick. Hallo Patrick. Hallo Martin. Hallo liebe Leute. Schön, dass Sie bis hierhin schon durchgehalten haben. Ja, genau. Gehen wir auf die große Bühne. Das, was alle eigentlich auch erwartet hatten. Biden ist zurückgetreten und Kamala Harris hat jetzt da ihren Anspruch auf die Antritt als Präsidentschaftskandidat veröffentlicht. Und ganz wichtig für die deutsche Tagesschau ist, dass Barack Obama sie unterstützt. Ja, und das ist gelogen. Also, das stimmt einfach nicht. Ja, also es stimmt, dass die Tagesschau das so sagt. Aber es stimmt nicht, dass Barack Obama sie unterstützt. Barack Obama hat nämlich für den Rücktritt von Biden schon die Strippen gezogen. Aber er hatte einen eigenen Kandidaten. Er wollte die Harris nicht. Hat das auch ziemlich deutlich gemacht und ist total angefressen, dass der Biden sie noch reingeschoben hat. Weil Bidens Umkreis, denn Barack Obama ist übel nehmen, dass er damals nicht zum Zuge kam gegen die Dame aus dem Hause Clinton. Und das haben sie ihm nachgetragen und deswegen wollten sie eigentlich die Harris und so und den beiden. Also wie gesagt, da gibt es Streitigkeiten und das kocht auch ziemlich hoch. Aber das hat es offensichtlich bis zur Tagesschau nicht geschafft. Nein, also die deutschen Medien, bei denen ich da geguckt habe, die bringen irgendein Video, ein Obskures, wo die Frau, diese Harris da steht und irgendwie ein Handy hat. Und das wird aufgezeichnet und dann sagt also Obama ihr so quasi, dass er sie unterstützen wird. Ja, ja. Also letzten Endes ist das die große Hoffnung und die große Liebe der Deutschen, nicht der Amerikaner. Und ich glaube auch nicht, dass sie die große Chance hat. Sie steht sicher besser da als Biden gegen Trump. Aber ob sie den Durchbruch bringt, glaube ich nicht so wirklich. Gut, bin kein Hellseher, mag man mich ans Besseren belehren. Aber wie die deutschen Medien da diese Einheit im demokratischen Lager verkaufen, das ist schon zum Fremdstellen. Was ich da auch witzig finde ist, ich bin manchmal so blöd, wenn ich sowas recherchiere, dann gucke ich nach dem Thema und so und dann kommt mir irgendwas unter die Füße, wo ich so denke, ach ist ja lustig, guck mal, was sie jetzt machen. Nämlich, jetzt bekommen wir von irgendeinem Medium und ich habe es leider nicht geöffnet. Ich war so, ich gebe es zu, ich war so blöd, ich habe es nicht dazu gestellt. Die machen uns jetzt, die haben uns jetzt einen Artikel gebracht, der Trump-Clan, wie tief vernetzt und der Trump-Clan ist. Ja, das ist die Retourkutsche für die Rede vom Deep State, der ja im Prinzip den Demokraten untergeschustert wird. Jetzt muss man natürlich sagen, nee, nee, ist andersrum, der Trump ist eigentlich Deep State. Letzten Endes ist das alles wurscht. Also im Grunde. Naja, also die Bidens sind schon sehr interessiert daran gewesen, dass man die Amnestiemöglichkeit, die Präsidiale hat, falls da der Hunter Biden vielleicht dann doch mal irgendwann zur Rechenschaft für seine kriminellen Geschäfte gezogen wird und so. Naja. Im Grunde ist das alles Historie mittlerweile. Ja. Und was auf uns zukommt mit der Harris, das hat sie ja schon angekündigt. Die Frau ist Black Lives Matter affin, also Rassistin durch und durch. Und sie geht den Netanyahu an, weil der es wagt, sein Volk gegen Terroristen zu verteidigen. Und sie gibt sich als Feministin. Ja, da kann sie sich ja dann gut mit der Baerbock zusammentun. Ja, das ist interessant. Eine Liga. Ja, aber wie gesagt, ich halte die Wahrscheinlichkeit für relativ gering, dass das amerikanische Volk sich für sie entscheidet. Was ich mir gut vorstellen kann, ist, dass, jetzt machen wir das an, dass die Strippenzieher im Hintergrund, die großen Sie aus der Verschwörungstheorie, Die Sie? Die dafür sorgen, dass sie dann doch gefällt wird. Also wenn es nach... Und dann, 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 dann waren es die Russen. Also die... Oder, das ist auch die Frage, wenn jetzt der Trump gewinnt, waren das dann die Russen? Das waren die Russen. Aber, weil die Russen gerne den Krieg aufhören wollen und deswegen mit Trump oder wie... Nein, weil die Russen prinzipiell immer überall versuchen, die Wahlen zu manipulieren. Ah, ja. Also um auf den Vorspann eben nochmal anzuspielen. Die Russen haben ja auch den Trotsky dann in Mexiko und so weiter. Die haben schon weitreichende Armen. Ja, ja. Von damals. Immer. Ja, ja, der Russ, ne? Der böse, böse... Der Russ, der Russ, ja. Aber wir werden es schaffen als Deutsche, dass wir da mit dem Russ auch mal so eine freundschaftliche Liebe hinkriegen wie mit den Franzosen. Die waren ja auch unsere Erbfeinde. Ja, erstmal versuchen wir jetzt das dritte Mal Krieg gegen sie zu führen. Okay, jetzt gehen wir wieder auf den seriösen Boden zurück. Nee, ich muss zu der Harris noch was sagen. Ja. Denn die Qualitätsmedien, die berichten ja auch, dass inzwischen also die Umfragen gekippt sind und der Herr Trump gar nicht mehr führend sei. Wie war das das letzte Mal, als der Trump seine Wahl gewonnen hat? Da haben die noch bei ARD und ZDF zum Beispiel zu uns noch nach der Schließung der Wahllokale irgendwelche Diagramme gezeigt, auf denen der Trump völlig chancenlos abgeschlagen war und ganz klar also die Clinton da gewinnen würde. Wie hieß dieser irakische Propagandaminister? Ja, genau. Arbeitet der dort noch im Nebenjob? Ja, ich weiß es nicht. Also ich wüsste gar mal, was mit dem passiert ist. Also irgendwie final belangt wurde der nicht. Wenn, dann ist der irgendwo eingefahren. Aber Leben tut er, glaube ich. Oder gelebt hat er noch weiter. Ich weiß es auch nicht. Okay, kommen wir zu einem Weltereignis. Die Olympischen Spiele in Paris, großartig, ganz toll. Und heute Morgen haben irgendwelche ominösen Menschen den Bahnverkehr des SNCF auf den Hochgeschwindigkeitsstrecken der TGWs durch Feuer legen boykottiert. Ich wette, das waren Rechte. Ich kenne mich ja mit Sport nicht aus und nach letzter Schätzung meinerseits zählt Olympia zum Sport. Gab es da nicht irgendein Fußballspiel, wo in der Verlängerung ein Tor dann doch nicht gezählt wurde? Irgend so was? Ich weiß nicht, wer da gegen wen gespielt hat. Ist das jetzt Europameisterschaft gewesen? Nee, Olympia dachte ich, ne? Ich habe überhaupt, ich kriege da nichts mit. Das interessiert mich. Das ist sehr gut. Dann reden wir zwar über Dinge, von denen wir keine Ahnung haben. Das ist genau das, was eigentlich moderne Medien ausmachen. Super. Ich habe von Sport, keine Ahnung, von Olympia noch viel weniger. Aber ich habe gehört, dass... Nein, ich rede über... Ich rede schon. Ich rede über SNCF, das Bahnunternehmen Frankreichs. Hast du nicht von Olympia gesprochen? Ich habe gesagt, es ist Olympia. Und jetzt am Tag der Eröffnung der Olympischen Sommerspiele haben irgendwelche Terroristen das Hochgeschwindigkeitsnetz des TGW durch Feuer, durch Brandanschläge lahmgelegt. Und so die Anreise, die klimaneutrale Anreise von Equipen, von Mannschaften und Material und so weiter boykottiert. Eine Million Menschen steht in Europa in der Gegend rum und kommt nicht nach Paris. Ja, also ich weiß nicht, ob das mit dem von mir gehörten Sport-Event dann zu tun hat. Keine Ahnung. Gut ist bei so etwas, wenn ein solcher Anstatt stattgefunden hat, wenn es keinen Personenschaden gab. Immerhin, ja. So ist, wenn dann Züge ausfallen, damit muss man leben. Ich habe auch schon mal gehört, dass in Deutschland ein Zug ausgefallen ist. Ich habe auch gehört, wenn wir schon bei Reisenden sind, dass sich zum Beispiel Familien auf dem Weg nach Mallorca nicht allzu freudig gezeigt haben, als sie mitbekommen haben, dass aufgrund von Klimaklebern ihr Flug nicht gestartet ist. Also wir haben die unterschiedlichsten Möglichkeiten, warum Reisemittel ausfallen. Letztlich höhere Gewalt, oder? Würde ich sagen, ne? Ja, nö, menschliche Gewalt. Ja, also so Mensch ist ja so das Höchste, was wir so haben hier auf diesem Planeten, oder? Höhere Gewalt, ne? Okay. Also, das war das. Und jetzt, ich glaube, der Herr Scholz kann sich nicht mehr daran erinnern, wie er früher in der Migrationsdebatte sich geäußert hat und so. Also, der hat eine erstaunliche Wandlung gemacht in den vergangenen Wochen. Okay. Und zwar setzt er jetzt laut Tagesschau auf strikte Grenzkontrollen. Also er hält die Erwerbsmigration für nötig und erwünscht, aber irreguläre Migration will er bekämpfen. Wenn ihm das diese Nazi-Phaser, oder wie die heißt, durchgehen lässt? Die hat ja gerade erst nach der EU die Grenzkontrollen wieder aufgehoben, die sie jetzt aufgrund der Olympischen Spiele in Paris, von denen ich keine Ahnung habe, wieder einführt. Ja, auf jeden Fall, diese gute Dame oder so etwas, die wird darüber bestimmen, an was sich der Herr Scholz an erinnert und an was nicht. Ja, der Herr Scholz hat auch, also es gab jetzt auch in Hamburg ein interessantes Strafverfahren gegen einen Syrer, beziehungsweise Abschiebeverfahren. Und das Gericht hat gesagt, was soll das? Der Kant in Syrien gibt es nichts, kein Krieg, keine Bedrohung, der Kant da jederzeit zurück. Ja. Und jetzt kommt der Herr Scholz um die Ecke, nachdem andere Parteien mit dieser Forderung durchaus Anklang in der Bevölkerung gefunden haben. Und das beginnt ja jetzt der Wahlkampf. Wir haben ja in einem Jahr haben wir ja Wahlen. Und jetzt ist der Herr Scholz plötzlich für strikte Grenzkontrollen. Und die Tagesschau kolportiert das unkritisiert. Es ist halt so, das haben wir jetzt gelernt, auch in der Berichterstattung um Biden und Trump, wenn man da nochmal anschließt, angenommen die Nachrichten, die Tagesschau oder so, würde morgen sagen, ah, Biden ist wieder gesund, kann bleiben. Dann wäre er gesund. Also die Macht der Medien ist so stark, er wäre dann physikalisch genesen und er wird auch die nächsten Jahre dann durchhalten. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Es liegt an der Berichterstattung der Medien. Die Welt hat sich danach zu... Ausschließlich. Also die NZZ hat noch etwas zitiert, was der Herr Olaf Scholz über sich so gesagt hat. Ich zähle eher so zu den Machern. Das lasse ich jetzt... Ja, gibt es, gibt es, ich weiß nicht, gibt es die sprachliche ML-Schwäche oder sowas? Also. Scholz hält sich selbst zugute, ein Mann der klaren Worte und ebenso der klaren Entscheidungen zu sein. Ja, ja, okay, keine Entscheidung ist auch eine, ne? Sag mal... Ja, aber wie ist das denn der Herr Ramelow, der plakatiert gerade in Thüringen für Anstand und Aufrichtigkeit oder irgend sowas? Ja, und nicht nur das, er geht ja wieder her und geht damit hausieren, dass er irgendwann mal christlich gewesen sein soll. Ja, ist ja egal, aber für Anstand. Christlich, sozial und anständig oder so, irgend sowas macht er da. Muss man sich mal... Ein Wahlbetrüger. Also ich meine, wenn man jetzt mal so unter den ganzen Ministerpräsidenten... Ist das nicht der gewesen, der in dieser Ministerpräsidentenrunde mit der Angela Merkel Candy Crush Score übertrumpft hat oder irgend sowas? Was hat der gemacht? Ja, auf dem Handy gespielt und irgendein Handyspiel-Score oder so ging doch da so riesen durch die... War das nicht irgendwie auch während diesen... Achso, das... Ja. Dieses Candy Crush, was er... Der ist ja auch eigentlich Wahlbetrüger, ne? Denn er hat den Menschen in seinem Bundesland versprochen, dass er schnellstmöglich seine Wahl zum Ministerpräsidenten abwickelt, zurücktritt und dann Neuwahlen macht. Als er dann gemerkt hat, dass seine Partei dann wieder nicht an die Macht kommen wird, hat er das einfach vergessen. Ja. Und er hat sich auch eine Ausrede auf Seite gelegt oder so etwas. Er sei irgendwie nicht richtig, ich weiß es nicht mehr genau, aufgefordert worden oder irgendwas. Also er hätte ja gemacht, wenn... Ach, was weiß ich. Er hat irgendwie versucht, der Union nochmal den Peter zuzuschieben. Ja. Ja, klar. Aber ja, also... Und er ist nur durch Angela Merkels Telefonanruf, ist der Mann überhaupt wieder an die Macht gekommen. Okay. Gut. Also, es ist innerhalb von zehn Minuten so viel Zerrüttung, es ist echt unglaublich. Dann haben wir eine ganz interessante Sache. Und das hat mich heute Morgen fast aus dem Sessel gehauen. Ich suche jeden Tag. Und das ist der einzige Grund, warum ich das Ding überhaupt aufmache in der Augsburger Allgemeinen, das kleine Kreuzworträtsel. Das ist mein Frühstücks-, mein Kaffee-Nebenher-Beschäftigung. Und dann schreiben die doch tatsächlich... Geliebte Dokumente, die angeblichen Skandale der Corona-Politik, geliebte Aufzeichnungen des Corona-Krisenstabs lösen eine Welle der Empörung aus. Dabei findet sich in den Dokumenten nichts Skandalöses. Ja. Ich habe das jetzt auch ein paar Mal gehört. Es fände sich darin nichts. Ich sehe das anders. Also ich finde, da zieht es einem die Schuhe aus. Aber ich muss dazu sagen... Das ist Verabredung zum Betrug. Das ist Menschentäuschung. Aber was man dazu sagen muss... Das ist unglaublich. Ja, ich meine jetzt mal ganz jenseits aller Berichterstattung. Du kannst von keinem Medium, du kannst von keinem Angeklagten letzten Endes erwarten, dass er den Strick um seinen Hals fester zieht. Ja. Und deswegen, wenn man möchte, dass die große Presse im Land oder so tatsächlich über so etwas vernünftig berichten würde, dann müsste man ihr irgendeine Form von Amnesie gewähren. Das heißt, man müsste in irgendeiner Form... Amnestie. Amnestie, ja. Okay. Gut. Amnesie auch. Amnesie unterstellen und Amnesie gewähren aufgrund von geistiger... Amnesie. Ja, genau. Nein, also was wirklich wichtig wäre, ist einfach, auch wenn das gegen das Gerechtheitsempfinden ist oder so, aber eine Grundzeugenregelung oder irgendetwas. Weil du kannst nicht erwarten, dass neutral berichtet wird gegen sich selbst. Ja, und sie sind, dass dieser Christoph Paulus nicht kapiert, dass er da pro bono, genau, fürs eigene Haus schreibt. Denn die, die Augsburger Allgemeine Zeitung, waren mit unter den Hetzern, die all jene, die nicht dem regierungsamtlichen Narrativ gefolgt sind, die Pest an den Hals gehetzt haben. Das hat er schon verstanden. Aber wie gesagt, also du hast ja bei jedem Gericht, der Täter hat das Recht, auch die Aussage zu verweigern. Und jetzt erwarten wir, dass sie ihre eigene Anklageschrift verbreiten und vorlesen und irgendwie medial aufbereiten. Das ist irrsinnig. Das tun die natürlich nicht. Und dafür habe ich auch ein gewisses Verständnis. Das müsste schon von einer anderen Seite kommen. Also, dass die Öffentlich-Rechtlichen und die großen Medienhäuser diese Leaks nicht publizieren. Das liegt in der Natur der Sache. Weil das ist eine handfeste Anklageschrift gegen sie selbst. Ja. Vor allen Dingen sieht man eben, dass da die Lüge permanent vorbereitet wurde. Und das ist meines Erachtens, wie gesagt, der Punkt. Und da muss man drüber reden. Ich habe keine Lösung. Aber ich wüsste nicht, wer da anklagen könnte. Weil eine Staatsanwaltschaft sitzt genauso mit dem Boot. Also wir haben im Prinzip nichts. Wahrscheinlich müsste das Ausland das machen. Die Politik hat vorsätzlich das, was immerhin aus dem RKI offenbar noch kam, an wissenschaftlicher Information, vorsätzlich vom Tisch gewischt, um ihre Maßnahmen durchsetzen zu können. Und zwar unter... Das ist verantwortungslos und Betrug gegenüber. Und die Medien haben das noch getragen. Unter medialer Begleitung. Sonst hätten die Politiker das gar nicht so gekonnt. Hätten die Medien gesagt, nee, schauen wir mal genauer hin, wäre das nicht gegangen. Also die Medien sind ganz massiv Mittäter oder Akteure in diesem Spiel. Und jetzt ist die Frage, was machen wir jetzt mit diesem Befund? Und du rufst den Amerikaner an, ich rufe den Putin an und wir gucken mal, ob das Ausland uns irgendeine Unterstützung gewährt. Ich weiß es nicht. Das Problem ist, dass das wahrscheinlich... Ich weiß nicht. Politischer Betrug, Lüge ist leider kein Offizialsdelikt. Die Staatsanwaltschaft wird nicht von sich aus losgehen. Staatsanwaltschaft wird nicht, weil sie ist weisungsgebunden von... Schon gar nicht die deutsche Staatsanwaltschaft. Nein, ich denke, das Problem ist, es gibt keinen Ankläger, der die entsprechende Potenz hat. Ja, und wenn es trotzdem vor Gericht gehen sollte, sitzen dort Richter... Dann hast du kein neutrales Gericht. Es müsste ein Gericht außerhalb von Deutschlands entscheiden. Und ein weiteres Problem ist ja, dass auch viele Länder international zumindest formal sehr stark mitgemacht haben. Da sitzen da außerdem Richter, die auch über politische Gremien und Zusammensetzung eines Richterkollegiums, da wird ja auch berufen auf so eine Stelle in so einem Gericht, das wird ja auch nicht unabhängig nach der Leistung gemacht, sondern da trifft man sich ja im Rotary-Club der Politiker und die Richterin. Ja, natürlich. Wir haben eigentlich keine Gewaltentrennung in Deutschland. Das ist ja auch schon oft boniert worden. Meine Frage bleibt, es ist meines Erachtens zu wenig, sich darüber zu echauffieren, dass die Medien nicht berichten, weil das liegt in der Natur der Sache, dass sie das nicht tun. Sie haben meines Erachtens auch ein Recht, nicht zu berichten, weil sie eben Täter sind. Und Angeklagte, sagen wir mal. Täter sind auf jeden Fall auf der Anklagebank und sie werden natürlich die Anklageschrift gegen sich selber nicht verlesen und nicht medial aufbauschen. Das geht nicht, das kann man nicht verlangen. Und wir haben auch keine Instanz, weil eigentlich alle Staatsorgane mitgemacht haben, von der wir sagen können, dass das wirklich funktioniert. Deswegen habe ich letztens auch von einem Putsch in der Corona-Zeit gesprochen, wo ich gesagt habe, da hat sich hier in diesem Land ein Wandel im System ergeben. Das ist nicht mehr die Demokratie, die es vorher war. Oder wir können vielleicht sagen, sie hat ihre Unschuld verloren oder was auch immer. Also wir stehen jetzt konkret von der Fragestellung, wo haben wir jetzt noch eine Möglichkeit, rechtsstaatliche Prozesse einzuleiten gegen erfolgreiche Putschisten? Ja, und der Herr Spahn, der damals da diesen Begriff, die Pandemie der Ungeimpften vom Stapel gelassen hat, um uns da alle in einen Topf reinzuwerfen, der erklärt das jetzt damit, Zitat, damit war gemeint bei mir, dass wir auf den Intensivstationen damals vor allem Menschen ohne Impfungen gesehen haben, die schwere und schwerste Verläufe hatten. Das kann er vor Gericht, kann er das äußern. Das interessiert mich. Und das möchte ich in den Zahlen belegt sehen. Ja, ja. Das müsste man eben, wie gesagt, dann mit einem Gutachter und so weiter. Ich würde diese ganzen Sachen, also was da jetzt medial, mehr oder weniger auch immer, ich habe es jetzt öfters mitbekommen, dieses steht ja eh nichts Wichtiges drin. Diese Form, wer so spricht, ist höchstwahrscheinlich Mittäter oder mit Angeklart. Und was er dann auch erzählt hat, dass das Gesundheitssystem zu überfordern drohte. Ja, ja. Hat schon Wochen später, nachdem sie diese Welle gemacht haben, wurde bewusst und klar, dass das, was da passiert ist, einzig und allein auf politische Vorgaben gegenüber den Kliniken beruhte, nämlich möglichst viele Betten kalt zu stellen, Personal rauszuschmeißen und so weiter und so fort. Ja. Das war nicht die Corona-Welle, sondern das wäre mit einer Grippewelle genau so passiert. Ja, ich denke, die Sachen liegen alle auf dem Tisch, aber es liest keiner und es wird auch keine Resultate geben, weil es gibt keinen Gerichtsstandort und es gibt auch wirklich keinen potenten Kläger. Ja. Und da es diese beiden Dinge nicht gibt, es klagt keiner, es richtet keiner, es lamentieren ein paar Opfer, die man eben nicht hört und ja, die Frage ist, wie geht man mit diesem Befund um, was macht man daraus? Gut. Wir haben einen Minister, der für die innere Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland zuständig ist. Wer ist es? Nazi Faser heißt die, glaube ich. Nazi Faser, genau. Ja, ebenso wie in der Art, keine Ahnung. Diese Frau unter anderem ist zuständig auch für die Sicherheit im Flugverkehr. wenn du zum Beispiel mehr als ein Liter Wasser mitnimmst in einer Plastikflasche, darfst du die nicht an Bord mitnehmen. Du wirst beim Betreten eines Flugzeugs, wirst du gescannt und durchstrahlt und abgetastet, manchmal muss man sogar den Gürtel ausziehen und die Schuhe und dann, manchmal wirst du sogar in eigenen Nebenrauben und dann musst du dich ausziehen und lauter solche Scherze. Du darfst keine Nagelschere dabei haben und so weiter und so fort. Aber, größter deutscher Flughafen, da latschen ein paar Type von der letzten Generation auf die Rollfelder und kleben sich da fest. Ja. Das ist ein massives Amtsversagen. Ja, aber sie hatten höchstwahrscheinlich keine Flüssigkeit dabei. Doch, Sekundenkleber. Ja, aber nicht einen Liter. Also wahrscheinlich waren diese Sachen alle im erlaubten Maße und unter dem Gürtel kein Messer und so. Wer weiß. Da ist die Bundespolizei, glaube ich, zuständig für die Sicherheit der Flugplätze. Ich denke, egal wer oder wie, ich habe mitbekommen, es ist ja jetzt letztens eine, die hat ja sehr groß auch in Social Media gejammert, tatsächlich zur Haftstrafe verurteilt worden und ich finde, das sollte ja Schule machen, weil wenn man die Leute alle zu ein, zwei Jahre Haft verurteilt ohne Bewährung, dann sind sie erst mal von der Straße. Ja. Also, zu Anfang der Feriensaison haben diese Typen viele Familien um ihren schönen und wohlverdienten Urlaub gebracht. Vielleicht gibt das ja mal ein Umdenken bei vielen, die mit diesen Typen sympathisieren, mit diesen Terroristen. Nein. So, kommen wir zum nächsten Erfolgsunternehmen in der Bundesrepublik Deutschland und ich will jetzt keine entschuldigenden Äußerungen hören. 1,3 Milliarden Euro Miese im vergangenen Jahr und jetzt will die Deutsche Bahn AG dann auch noch mit weniger Personal mehr Bahn auf die Schiene bringen und 30.000 Stellen abbauen. Anstatt dass sie mal den Wasserkopf abbauen, den sie mit sich rumtragen und dann mal sinnvolle Arbeit machen. Kennst du dich da aus? Weißt du, was die für einen Wasserkopf haben und was die für Prozesse haben, wie die intern aufgebaut sind? Die Bahn ist ein ehemaliges Staatsunternehmen und die haben riesige, riesige Strukturen an Management. Ich weiß es nicht. Ich kann mir das vorstellen, dass es so ist, aber ich weiß es nicht. Genauso wenig, wie ich weiß, von wem die Forderung nach mehr Schiene und wer zu verantworten hat, dass weniger Geld da ist. Also das Ganze ist für mich irgendwie ein sehr intransparentes Unternehmen. Nehmen wir mal diese ganze Geschichte mit dem 49-Euro-Ticket. Dass das defizitär ist, weiß man. Aber das ist politisch so gewollt und durchgedrückt. Das heißt, das ist ja kein Unternehmen, das in irgendeiner Weise frei auf dem Markt agieren kann. Aber dafür gibt es doch Kompensationszahlungen von der Bundesregierung oder kann die Bundesregierung einfach hergehen und sagen, du, Privatunternehmen, musst jetzt zu dem Preis den Leuten eine Dienstleistung erbringen und das, was du daraus an Verlusten erwirtschaftest, das trägst du selber? Ich fürchte, dass sie das tut. Ich fürchte auch, dass sie, klar, Kompensationszahlungen leistet, die aber tatsächlich die Kosten in kalster Weise decken. In welchem Deutschland lebe ich eigentlich, sag mal? Das hat doch mit Recht Ich kann jetzt nur mal sagen, was mein Eindruck dort ist. Ich glaube nicht, dass die Bahn ein freies, privates Unternehmen ist. Es gibt sowieso so gut wie keine freien, privaten Unternehmen. Du hast immer, wenn du eine gewisse Größe hast, so viel Büro und Zeug und so weiter, dass du wahrscheinlich, wenn du dich dem Staat nicht holt gegenüber verhältst, sehr schnell an der einen oder anderen Ecke mit unmöglichen Bedingungen, die man dir stellt, auch aus dem Verkehr gezogen wirst. Deswegen haben ja alle Unternehmen diese ganze Gender-Geschichte, das ganze politische Spektrum. Du findest ja kein kritisches Unternehmen. Und je größer sie sind, umso mehr sind sie verflochten mit Dienstleistungen des Staates etc. Der Staat regiert meines Erachtens nicht nur bei den Privatleuten, sondern ganz intensiv auch in die Unternehmen rein. Ich würde da den Staat nicht aus der Haftung entlassen, gerade nicht bei der Bahn. Die Monopolkommission rät zur Zerschlagung der Deutschen Bahn AG. Vor einem Jahr. Ja. Das könnte viele große Firmen zerschlagen oder dazu raten oder so. Das ja. Ich fürchte, wenn das getan wird, dann auch wieder mit Vorbedingungen. Aber nein, ich glaube, wir kommen aus diesem Sumpf wahrscheinlich nicht so einfach generisch heraus, indem wir irgendwas verbessern. Das wird an die Wand fahren und irgendwann muss mit einem gewissen Bruch müssen gewisse Dinge neu aufgesetzt werden, weil ich kann mir nicht vorstellen, wie man über ein generisches Wachstum das Ganze wieder in die Gleise bekommt. Das ist alles. Es gibt ja auch noch weitere Meldungen. Es gibt ja Firmen, mit denen bin ich groß geworden und da hat man dann erzählt bekommen, da gibt es da am Bodensee ein Wahnsinns Unternehmen und die machen hervorragende Qualitätsarbeit und das steht für Made in Germany und so weiter. Autozulieferer ZF will in Deutschland 14.000 Stellen streichen. Danke, Herr Habeck. Wir brauchen uns über die Ernte dessen, was diese Regierung an Weichenstellungen eingeläutet hat, nicht wundern. Da sind wir zwei Jahre zu spät mit sich wundern. Ich habe ja letztens schon gesagt, befinden wir uns im freien Fall korrigierst du nichts mehr. Das war jetzt einer der großen und ein kleiner Bonner Backzutatenhersteller Kesko geht jetzt in die Insolvenz, die Selbstverwaltung 100, in dem Fall nur 100 Beschäftigte. Aber ich bin wirklich dafür, ich habe das ja auch in meinem letzten Videobeitrag politische Meinung gesagt, dass die öffentlich-rechtlichen Medien dazu verpflichtet werden, einen Insolvenzticker auf die erste Seite zu machen. Ich bin dafür, die öffentlich-rechtlichen Medien zu zerschlagen. Ich bin dafür, den Rundfunkstaatsvertrag zu kündigen. Ja. Der wird einseitig nicht eingehalten und deswegen ist der meines Erachtens nichtig. Ich habe das auch lange Zeit noch immer gesagt, 8 Milliarden bis zum letzten Mal, als ich jetzt nochmal nachgeguckt habe. Es sind inzwischen 9,2 Milliarden Euro, die die pro Jahr durch den Schornstein jagen. Ja. Könnte man viele Firmen, finde ich auch nicht gut. Ich will gar keine Firmen subventionieren. Kindergärten, Schulen sanieren und so weiter und so fort. Ja. Okay, dann haben wir einen ganz interessanten, sehr schönen, da muss ich drauf aufmerksam machen. Ich kann den jetzt nicht vorlesen, ich kann nur sagen, ich schicke dir den Link, den stellen wir unten drunter. Und zwar hat eine Franziska Zimmerer, Ressortleiterin, Community und Social Media, hat einen knallharten Artikel über die Berliner Selfie-Journalisten gerade so im politischen Umfeld. Die Typen, die sich fotografieren, wie sie den Regierungsflieger betreten und die sich fotografieren mit dem Politiker, mit dem sie da im Senegal nach Mali, nach Mexiko oder sonst wie fliegen und man trifft sich im Borschers und man trifft sich im Einsteins und was weiß ich was alles. Die hat eine knallharte Abrechnung mit der eigenen Zunft, geschrieben und hat damit auch mal aufgezeigt, warum diese korrumpierte Schicht aus Berlin in beide Seiten, in beide Richtungen korrumpierte Ebene, warum da eben auch Beißhemmungen bestehen zwischen denen, warum die sich miteinander verpflichtet sind, du willst halt immer noch wieder eingeladen werden in den Regierungsflieger, du willst mit zum Presseball kommen dürfen, du willst ins Borschert dürfen und du willst neben der Frau Außenministerin sitzen dürfen und du willst so und das ist so korrumpiert, so ein Sumpf, ja. Es gibt ganz viele, die machen wirklich super gute Arbeit, überhaupt keine Frage, aber bei manchen sind auch irgendwelche Wolken, die sie plötzlich schlagen in der Berichterstattung, wenn man sie beobachtet, ausgesprochen fragwürdig, warum plötzlich aus diesem klaren Kritiker und klar Wortfinder plötzlich jemand wird, der unglaublich viel Verständnis für die Schwierigkeiten hat, die da... Das Problem dieser ganzen Korruption ist ja letzten Endes, dass wir es zugelassen haben, dass eine ganze Menge PR über Steuern finanziert werden darf. Also es gibt so ein paar Schrauben, an denen könnte man drehen. Man könnte zum Beispiel sagen, keine Zweitstimmen mehr, nur noch Erststimmen. Das ist eine einfache Regelung. Dann hast du sehr viele Politiker von heute auf morgen nie wieder gesehen, weil die meisten von denen, die sehr bekannt sind, sind nie irgendwo repräsentativ gewählt worden. Also repräsentativ schon über Listen oder so, aber nicht von einer repräsentativen Anzahl von Menschen gewählt worden. Das wäre eine Stellschraube. Und die andere Stellschraube ist die, dass man Steuern auch wirklich nur zweckgebunden für Dinge ausgeben darf, die vorher entsprechend definiert sind. Und da gehört kein Self-Marketing von Parteien, Ministerien oder sonst irgendetwas dazu. Keine Agentur, keine Beraterfirmen, all diese ganzen Sachen, das hat von Steuergeldern nicht bezahlt zu werden. Wenn eine Partei für sich Werbung macht, muss sie das schon über ihre eigenen Budgets machen. Und ich würde Parteien auch nicht über Steuern finanzieren. Generell nicht. Die Mitglieder kann eine Partei finanzieren, fertig. Ob die jetzt eine Fraktion hat oder ob die irgendwo in irgendwelchen Parlamenten sitzt oder sonst, kein Geld. Wozu? Ich bezahle die nicht. Da möchten irgendwelche Leute aufgrund einer politischen Idee sich zusammenschließen, möchten ihre Idee durchdrücken und schaffen das, mit einer gewissen Mannstärke in ein Parlament zu kommen. Das ist Belohnung genug für die Idee. Da muss ich doch nicht noch was dafür bezahlen, noch dazu, wenn ich vielleicht sogar politischer Gegner bin. Warum? Ja und dann daraus auch noch noch dazu die Partei finanzieren, also die Grundlage der Partei finanzieren, das geht überhaupt nicht. Nein, das geht alles nicht und deswegen darf auch eine Politik nicht in der Lage sein, Werbeannoncen in einer Zeitschrift zu lancieren. Das geht nicht. Ja, das machen sie ja nicht. Die nennen das ja eine Unterrichtung. Für ihre Projekte. Also das hat alles, das ist, das sind von mir aus noch im NGO Rahmen irgendwelche Sachen, auch NGOs gehören nicht von Steuern finanziert, was ja NGOs sind. Also wenn sie eine Nichtregierungsorganisation sind, haben damit Steuern nichts zu suchen. Und die können natürlich dann von mir aus für ihre politischen Anliegen irgendwo Werbung machen, das ist mir zu machen. Vor allen Dingen gehört das ganz klar ausgeschrieben zum Beispiel, dass wenn, sagen wir so, es gibt eine NGO, überhaupt keine Frage. Und dann kommt das Umweltministerium und sagt, wir wollen bestimmte Projekte im Umweltschutz fördern. Das sollen sie nicht machen, nein. Nein, das können sie machen, natürlich können sie das machen. Das Umweltministerium macht eine konkrete Maßnahme, sagen wir mal, Wiederherstellung und Renaturierung eines bestimmten Sees oder eines Flussgebiets, eines Flusslaufes oder sonst irgendwas. Können sie meiner Meinung nach passen, das wird schon zu weit. Lass mich mal kurz ausreden, bitte. Können sie machen. Aber dann haben sie eine Ausschreibung zu machen und nicht einfach irgendwie eine Ideologengemeinschaft zu nehmen, sondern, sagen wir mal, ein Bauunternehmen zu bezahlen. Und zwar ganz normal als Dienstleister in diesem Fall. Und der muss eine konkrete Arbeit haben und darf nicht irgendwelche Papiere herstellen und sagt dann, er hätte etwas für den Umweltschutz getan. Also Ausschreibungen sind ein sehr schlechtes Mittel. Ich kenne das mit den Ausschreibungen. Du bist ja im Wirtschaftsumfeld für Ausschreibungen verpflichtet. Du weißt ganz genau, wen du nimmst und wie du deine Ausschreibung machst, dass genau der rankommt, den du haben willst. Ja, aber dann darf eben nur die handwerkliche Leistung finanziert werden. Dann bist du nur am Prozessieren und so. Das wird nicht funktionieren. Ich bin in Frage, man sollte erstmal überlegen, was ist denn die Aufgabe eines Parlaments? Man kann gewisse Gesetzesvorgaben in die Wege leiten. Man kann gewisse Dinge verbieten und erlauben und solche Sachen. Aber die konkrete Durchführung eines Projektes ist meines Erachtens überhaupt gar nicht mehr Regierungsaufgabe. Also geht für meinen Geschmack zu weit. Ich bin ein sehr Verfechter eines sehr schlanken Staates und bin der Meinung, es reicht vollkommen, wenn der Staat Sicherheitsbehörden einstellt, also wenn er für innere und äußere Sicherheit sorgt, wenn er für Chancengleichheit der Patienten im Gesundheitswesen sorgt. Allerdings nicht als eigener Akteur, nicht indem er in irgendeiner Weise bestimmt, wer welche Gelder bekommt oder nicht oder sowas, sondern anhand von gesetzlichen Rahmenbedingungen, die für alle gleich sind. Und ja, das ist doch, du hast eine Gesetzgebende und die gibt Gesetze. Dann hast du eine Ausführende, die achtet darauf, dass die Gesetze eingehalten werden. Und dann hast du eine juristische, die wird im Zweifelsfall oder im Streit nach den Gesetzeslagen her entscheiden, was Recht und Ordnung ist. Aber wir haben keine praktische Gewalt, die irgendwelche Projekte durchzieht und die irgendeine Konkurrenz zu Privatunternehmen eigene Initiativen fördert, macht und so. Ich wüsste nicht, mit welcher Gewalt und mit welchem Recht der Staat solche Dinge tut. Ja, was dabei rauskommt, wenn der Staat irgendwo eingreift, was andere vielleicht besser und professionell können. Baden-Württemberg war mal ein Musterländle, hatte eines der besten Schulen, Schulen. Ich möchte nicht von System reden, denn das ist absurd. Bundesweit höchste Leistungsstandards neben Bayern und jetzt ist dann nach der Wende dann noch Thüringen dazugekommen, wenn mich nicht alles täuscht. Und seitdem die Grünen da in der Regierung sind, geht die schulische Leistung in Baden-Württemberg konstant zurück. Ja, wundert das. Und jetzt kommt wieder der Kretschmer und will wieder, irgendwas, wir müssen das wieder verbessern und wieder geht die Politik da rein, anstatt die Leute, die da arbeiten und die sich auskennen, einfach mal machen zu lassen, kommt ständig der Staat und versucht da irgendwie dran rumzudoktern. Und wenn dann Ideologen an die Regierung kommen, wie die Grünen und die Sozialdemokraten, dann kannst du seit den 70er Jahren einen permanenten Verfall des Bildungsstandorts Deutschland beobachten. Wir haben dieses Jahr so viele Einzelabiturienten wie noch nie in Deutschland gehabt. Das sagt aber nichts über die Leistungsfähigkeit der Abiturienten aus, sondern das sagt was über den Anforderungslevel der Abiturarbeiten aus. Und was willst du mit denen allen? Da wunderst mich nicht mehr, dass die Leute bei Temu irgendwelche Badezimmerarmaturen kaufen und nach drei Jahren wieder wegschmeißen, neue einklicken, weil sie gar keine Handwerker mehr kriegen, die eine ordentliche Qualität einbauen könnten, weil es keine Handwerker mehr gibt, sondern nur noch irgendwelche Ikea und Fastfood. Ja, da geht halt auch aber mittlerweile generell die Technologie auch hin, dass du nur noch Fertigprodukte zusammenstecken musst. Ja, und die so verklebst, dass du sie nicht reparieren kannst. Ja, da streiten die Philosophen noch, in welche Richtung es geht. Ich sehe diese Art, das wäre vielleicht auch mal ein Thema Ereignis, diese Art des Modularisierungstrendes hat Vor- und Nachteile, ja. Also ich habe das so beobachtet, mein Vater hat am Auto ein paar Sachen selber gemacht, nichts Großes, also er war kein Fitter, aber wenn zum Beispiel ein Rücklicht irgendwie angetitscht war und musste ausgetauscht werden, ist er hingegangen, hat das Glas geholt und hat das eingesetzt. Und dann kam er eines Tages und hat gesagt, das ist nicht wahr, ich kann jetzt den Teil vom Rückfahrscheinwerfer nicht ersetzen, ich muss den gesamten Rück, das gesamte Rücklicht muss ich komplett ersetzen, das kostet mich 400 Mark. Das wäre mein Thema, das führt sicherlich jetzt hier zu weit, aber die Modularisierung hat Vor- und Nachteile. Ja. Gut, also Baden-Württemberg steigt ab unter Grünen. Ja, das ist doch eine prägnante, tolle Titelsache, das könnte man auch für die Wahl wahrscheinlich irgendwie schön rausstellen. Ja, ich kann ja mal gucken, ob sie mich nehmen als Agentur, die Grünen. Weißer nicht, dieser Tatterkreis, der da das Ländle führt oder so etwas, wieso die den immer wieder wählen. Ja, die Leute gehen einfach nur nach irgendwelchen Äußerlichkeiten und sagen, auch der alte Opa, der macht aber einen gemütlichen Eindruck und dann wählen die den. Und nach dem gleichen Prinzip wird auch ein Herr Habeck gewählt oder so etwas. Ja, das ist das, was man sprichwörtlich den Wolf im Schafspelz nennt. Ja. Gut, der gehört noch, ich sag's mal so, zu den Vernünftigeren unter den Grünen. Nein. Okay, also, das war's für heute, Patrick. Ich hab noch zwei Sachen, weil wir ja schon bei den Grünen waren. Ich hab dich vorhin gefragt, was hast du, hast du Themen, hast du nee gesagt? Ja, nicht so, meistens ist es ja so, dass die Sachen angerissen werden, aber weil wir so schön bei den Grünen waren, Namibia würde ich gerne nochmal ansprechen. Namibia? die sind nicht der Meinung, dass es so sinnvoll ist, dort Energie zu gewinnen für uns hier im Westen, weil das ist ein grünes Konzept und die nennen das einen Energiekolonialismus, den die Grünen bei ihnen betreiben, weil sie in deren Nationalparks irgendwelche Energieerzeugungsanlagen installieren. Das fand ich auch ganz interessant, dass man in Afrika gar nicht so erfreut ist über diese ganzen Initiativen. Und dann ist nicht genug Schmiergeld geflossen vielleicht? Ja, das kann schon sein, haben wir ja nimmer. Ja, keine Ahnung, oder und dann wollte ich, wir haben ja von der Frau Faser schon ein paar solche netten Sachen gesagt und so weiter und ich finde es ja ganz drollig, wie sie von ihrem Kompaktverbot ablenken will, indem sie jetzt ganz viel verbietet und dann anschließend zu sagen, ja, das Kompakt ist halt eins von vielen, schau dir mal, wen ich da alles verboten habe, hier die bösen Moscheen und so weiter, da haben wir jetzt im Iran aber mal was von Latz geknallt. schön ist natürlich, wenn man dann im ganzen Zensurwahn einer solchen Behörde die Professionalität erahnt, indem man ein französisches Modelabel den Auftritt sperrt. Das finde ich, ist natürlich immer dann noch eine sehr, sehr schöne Sache, die die Professionalität eines solchen Unterfangens, das ja von vorn bis hinten transparent ist und jeder weiß, warum sie das und wie sie das macht oder so etwas, wenn das dann auch nochmal so auf dieser Metaebene zur Schau getragen wird, wie stümperhaft das alles ist. Das ist etwas, was ich noch kurz anmerken wollte als Fußnote. Ja, die Frau Feser ist glaube ich immer irgendwie eine Erwähnung wert. in all ihrem ideologischen agitieren und toben, was sie da als Performance liefert. Das ist wirklich... Wie der Mann und die Brandstifter, ne? Ja, genau. Gut, nachdem wir also den Macher Scholz hatten, jetzt nochmal... Okay, also das wäre es jetzt von mir. Gut. Es waren noch zwei Anmerkungen, die habe ich nicht noch irgendwo reinkleistern können in ein angesprochenes Ja, ist ja alles gut, Patrick, ist alles gut. Ja. Ja, dann übernehme ich, wenn ich schon den Einleitungspartner hier genommen habe, mal wieder Tschüss zu sagen und ein schönes Wochenende, mal gucken, wann ich was hier geblicken kriege. Ja, alles Gute. Ich bin dran, ein Sonntagsthema habe ich gehört, ich weiß gar nicht, was ich da machen soll. Ach, die Kirche ist ein weites Feld. Die Kirche, ja, die Kirche ist... Mich interessiert ja die Theologie mehr als die Kirche, also die Kirche ist ja... Ja, dann mach was Theologisches. Also, wir danken Ihnen, dass Sie auch diesmal dabei waren beim Wochenrückblick. Patrick hat es kurz den Schmerz des gemacht, mache ich auch. Servus.